Ob kleiner Fan oder eingefleischter Läufer, das wohl größte Lauf-Team beim Linz-Marathon hat eine Stunde vor dem Start noch beste Laune. Da wird gedehnt und geplaudert. Insgesamt 811 Läufer haben sich von der Initiative Gugelwald bewegt, anstecken lassen und sind ins grüne Leiball geschlüpft. Freilich verfolgt jeder sein ganz persönliches Ziel, aber den inneren Schweinehund besiegt man leichter im Team. Das hat sich bei Initiator und Hotel Gugelwald-Chef Alexander Pilsel schon beim Trainieren gezeigt. Es ist einfach eine extreme Motivation. Wenn du ein riesengroßes Team bist, der eine pusht den anderen. Ich habe das selber gesehen beim Trainieren zu Hause, da bin ich allein gelaufen, dann ist ein zweiter dazugekommen und dann ist es gleich viel einfacher gegangen. Und ich glaube, dass das einfach heute das ist, was uns alle automatisch ins Ziel treiben wird. Vorbereitet haben sich die Teilnehmer mit Langstreckenläufer Günther Weidlinger. Oberösterreichs Lauf-Ass hat die besten Tipps und Tricks ausgepackt. Ja, und wenn es auch für Hobbyläufer ein utopisches Ziel ist, leichtfüßig wie die Profis im Ziel anzukommen, abschauen lässt sich doch so manches. Ja, man kann schauen, also in Laufstil, aber wie die laufen ist ja ein Wahnsinn. Also ja, man kann es probieren, aber dass man es auch hinbringt, das ist eine andere Geschichte. Beim Linz-Marathon geht es um Spaß und darum, gemeinsam ins Ziel zu kommen. Für viele gehört der Sport aber zum täglichen Leben. Es gibt Energie für den beruflichen Bereich, man fühlt sich einfach fitter und man freut sich, wenn man als 55-Jähriger mit den 30-Jährigen auch noch mitreinern kann. Und da fragt man sich, reicht wochenlanges Training wirklich aus oder greifen die Google-Waldläufer auch zum einen oder anderen Wundermittelchen? Für Riegel, für Geld, ja und ich glaube die Aufregung ist schon Doping genug. Und Google-Wald-Luft schnuppern, das ist ein ganz gutes Doping. Sein Ziel hat das Team vom Hotel Google-Wald auf jeden Fall erreicht. Hobbyläufer beim Linz-Marathon gemeinsam durchs Ziel zu bringen. Letztes Jahr 400 Teilnehmer und heuer schon 811. Ja, wenn man da wohl nächstes Jahr nicht die 1000er-Marke knackt. Ja, wenn man da wohl nicht die 1000er-Marke knackt, dann kann man da wohl nicht die 1000er-Marke knackt.